so weiter geht heute mittel 2 der triple crown und herzlich willkommen aus australien und zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter ja australien ist heute nächste strecke dann geht es am übermorgen mit spanien und nächste woche machen wir die beiden noch und dann sind wir durch liebe leute also wie gesagt diese woche noch und dann verabschieden wir uns hier aus dem dirt 4 geht es endlich los kommt wahrscheinlich auch noch mit einem neuen anderen spiel anfangen mal gucken ich weiß noch nicht mit was ich anfangen könnte na gut okay wir gehen auf jeden Fall mal rein mit dirt 4 und im ersten teil mit 30,79 kilometer stehen heute auf jeden fall an erstmal glaube ich habe nicht ja 44 wieder mal so genau vertrektionen und wir starten in die die erste wp heute ok ich habe das güter da gerutscht ich habe es aber hier mit diesen komischen geht dann ne ich habe noch nicht ganz vorne es ist geil wenn ihr dann doch noch ungebremst irgendwo reinrutscht aber wir führen wenn auch nur zwei sekunden ich habe immer gleich um zu brocken loslegt So kann man nicht wirklich verquempern, weil er ist ja immer so wieder um den Zaun kleben bleiben. Und zack, wieder. Direkt in den Busch rein. Das ist wirklich eine Katastrophe momentan, der Auftakt hier. Deswegen mag ich Australien nicht so. Aber jedes Mal, wenn wir nur am Rutschen sind. So gehen ja auch natürlich Verhältnisse. Links 4, 60. Rechts 3, 60. Nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Links 4, mach zu. Nicht schneiden. In rechts 3. In links 4, nicht schneiden. 60. Links 6, in rechts 5. Und achtung. Links 3, innen 1, verengt sich. Rechts 2. In links 4, kuppe. Nicht schneiden. Kuppe rechts 4, nicht schneiden. Und achtung. Links 2, verengt sich. Kuppe rechts 3, innen 1, nicht schneiden. In links 5. Rechts 6. Rechts 4, mit schneiden. In links 3. In rechts 4, mach auf. Nicht schneiden. Links 4, mach zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. 80 durchsäcken. In links 6, 80. So, was ist das immer wieder ein bisschen vorne? Momentan, Alter. In rechts 2, ist das für eine Strecke? Wenn es gleich halbzeit, der ist doch 5 Minuten laut der Vorgabezeit. Links 2, in links 2, überwunden. In rechts 4, rechts 5. Ich fahre mir einen Kack zu sagen, ich bin... Ja, mach zu, überwunden. Nicht schneiden. Rechts 5, 60. 80 durchsäcken. Kuppe in rechts, halbüberwunden. 110 durchsäcken. 60 durch свою, links 5. In rechts 3, überwunden. Nichtsteiden. In links 4. In rechts 5, 60. 80 durchsäcken. Kuppe in rechts, halbüberwunden. 110 durchsäcken. 60 durchsäcken. Durchsäcken. Rechts 6, in links 5, überwunden. 80 durchsäcke. Da haben wir den Unfall nicht gesehen, an der Unfallstation noch nicht vorbei. Oh, ein bisschen Schaltstelle. Ich muss ein bisschen konzentrieren, jetzt kommt jetzt viel Quatsch weniger, aber ihr kennt das ja. Wir sind ja nicht mehr so lange, diese Woche, wie gesagt, noch nächste Woche, das war durch mit Dirt, Dirt, vier, liebe Leute. Naja, nein, stimmt gar nicht, mit der Rallye, mit dem Rallye-Ding sind wir durch, jetzt. Das dauert noch ein bisschen. Stimmt, wir brauchen diese nächste Woche noch für nur für die Abteilung Rallye. Davor, wenn ich das Ding durcharbehe. Oh, äh, da war. War klar, wir würden drehen und erschiebt den Scheiß, warum? Dann können wir noch 20 Sekunden drauf und verkacken lassen, weil er meinte, komm, wir können uns nochmal überschlagen. Ich bin absolut unzufrieden mit meiner Leistung heute. Warum will der denn eigentlich jedes Mal? Ich bin immer in diese komische Abteilung, die Botanik hier rein. Der zieht mich da wieder, zack. Er hat hier mal es gegessen. Also die Runde ist durch. Was eine Katastrophe. Wir sind echt, wir starten sehr, sehr schlecht. Ach, halt doch, lass mich doch in Ruhe. Links, 4. Und Achtung, rechts, 2, Überpuppe. In rechts, 2, links, schneiden, 80, durchsenken. Links, 5, links, senke, links, drei, lang, nach Zug, überpuppen. Links, 5, links, in rechts, 4. Ich versuche es ein bisschen noch auszuhochreißen. Aber, den Auftakt habe ich mir definitiv ganz anders vorgestellt. An meiner sitzen ruhig davon, 36 Sekunden und Platz, 6, nur zum Auftakt. Okay, fertig. Die Zeit und die aktuellen Platzierungen wurden aktualisiert. Ja. Schöne Bereicherung. So kann man auf jeden Fall nicht anfangen. Okay. Oh Gott, geht das schon los? Oh Gott, was sind das für Rennen, Alter? Aber gut, es geht noch. Also, wir haben jetzt 9 Kilometer, dann 7 Kilometer, dann nochmal 7 Kilometer. Also, wir haben jetzt drei deutlich kürzere Rennen. Na gut, dann müssen wir weitermachen. Teil Nummer 2. Boah, ich bin froh, wenn ich dieses Ding durch habe. Morgen sieht es ja genauso aus, 12 und 13 Kilometer, ne? Zwei so lange Dinge hintereinander. Na komm. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Nein, die qualmt auch noch schön. Ach, gib doch einfach... Oh nein, willst du nicht? Da will welche Sechse stehen. Da will welche Sechse stehen. Da will welche Sechse stehen. Gut, da funktioniert es nicht wieder, wir sehen, also wieder ein bisschen was. Gut, da haben wir den Auftakt schon mal gewonnen. Aber hier wird es verdammt hart auf jeden Fall noch werden. Ja, dann halt nicht, dann gibt es Gas. Da haben wir schon vor 100 Sekunden, also wir müssen uns auf jeden Fall auch nicht strengern. Der Gegner ist hart, der ist nicht einfach. 36 Sekunden ist noch harte Nuss. Boah, Alter, ich hatte jetzt fast gedacht, dass ich in diese Brückenpfeiler knarrache. In rechts, 2, links steigen, 80 durch Senke, links 5, 200, Senke rechts, 5, Kuppe, kehre links, Melle, 80. Rechts 6, in links 5, über Kuppe, 80 durch Senke, 100, mittig halten, über Kuppe, 100 durch Senke, rechts halten, über Kuppe, rechts 3, 80, links 2, 100. Aus Rallye und Schweden, das ist nicht so meine Welt. Warum rutscht er denn da jedes Mal rein? Als ob er will, komm, geh in den Wald. Kuppe, rechts 4, rechts steigen, und Achtung, links 2, verlinke sich, Kuppe, rechts 3, in den Rhein, rechts steigen, links 5, rechts 6, rechts, rechts, rechts. Wenn wir 30 Sekunden über aufholen müssen, um halbwegs in der Verlosung mit zu sein. Kuppe, nicht schneiden, links 4, macht zu, in rechts 3, nicht schneiden, in links 4, 80, links halten, über Kuppe, vorsicht, rechts 1, in rechts 4, über Kuppe, links 3, in Kuppe, rechts 3, nicht schneiden, in links 2, links 4, macht zu, nicht schneiden, in rechts 3. Ein bisschen Vorsprung, jetzt wieder rausgefahren. Links halten, über Kuppe, 80, vorsicht, rechts 2, in links 3, Kuppe, nicht schneiden, in rechts 4, links 6, in rechts 5, und Achtung, links 3, in den Halb, verhängt sich, rechts 4, in links 4, links 6, in rechts 5, und Achtung, links 3, in den Halb, verhängt sich, rechts 4. 幹lышik 6, in den Halb, verhängt sich, rechts 2, be rechts 4, in den Halb, verhängt sich, rechts 4, rechts 2, wo zu, nicht schneiden, Q4, rechts 3,icht 6, rechts 3, links 3, rechts 3, 익st 6, rechts 3, links 3, rechts 5, rechts 3, rechts 3, links 2, nicht schneiden, So, 20 Sekunden Vorsprung. Jetzt haben wir einen guten Vorsprung. Jetzt dürfen wir nicht irgendwelche Fehler unnötigen Fehler erlauben. Das haben wir so ein bisschen Zeit wieder verliegen lassen. Wir sind gerade dran, wieder ein bisschen die Zeit rauszuarbeiten, die wir im ersten Teil verloren haben. 28,5. Acht Sekunden, liebe Leute. 19 Sekunden, leck mich doch, Alter. Ich habe mir die Zeit schon rausgefahren und dann gibt es mir einfach mal, komm, 19 Sekunden, die Zeit darf er nicht rausholen. Das muss er verlieren. Ich hatte die Zeit. Ich hatte die Zeit rausgeholt, komplett. Ich hatte, wir sind 96,8 Sekunden rum. Aber er gibt mir einfach, komm, 19 Sekunden noch zusätzlich. Leute wollte, da ist das Ding hier nicht gewinnen, definitiv nicht. Wenn du Vorsprung hast, da gibt es ja jetzt gibt es die Zeit strafen. Was soll der Scheiß, ey? Ja. Aber das ist 23 Sekunden, 13 Sekunden hat er auch verloren. Also es reicht nicht für die Gesamtführung. Die hätte gereicht, wenn ich diese Zeit strafe nicht bekommen hätte. Da ist die Sekunde auch immer bei 42 Sekunden gewesen und die hätten wir gehabt. Tolles Ergebnis, da ist das nicht unschlagbar. Gut, der nächste Teil ist mit sieben Kilometern deutlich kürzer als das, was ich jetzt fährt. Vielen Dank. Na gut. Wir hängen momentan noch. Ah gut, das ist die Startposition. Okay, alles gut. So, Fahrzeug repariert, Gott sei Dank. Und wir können jetzt in den zweiten Teil, in den dritten Teil dieser Strecke starten. Das ist die Strecke mit sieben Kilometern nicht so lang. Oh, der war nicht ohne die Ecke hier. Gott sei Dank ist das Auto, wie es wieder fit ist. In der dritten Teil der Strecke starten. Und wir können jetzt in den dritten Teil der Strecke starten. Achtung, bremsen, hoffne, kehre, links. Link sagt er. Nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 80, links halten, über Kuppe, Vorsicht, rechts 1, in rechts 4, über Kuppe, links 3, nicht schneiden, in Kuppe, rechts 3, in links 2, links 6, rechts halten, über Kuppe. Mal sehen wir das immer wieder ein bisschen besser jetzt aus, gerade. Ja, wahrscheinlich war der Triple Core nur die härtesten Rennen rausgesucht. Ich bin froh, wenn wir das Thema Rally endlich durch haben, ey. Rechts 3, 60, nicht schneiden, rechts 2, nicht schneiden. Rechts 3, 60, rechts, 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 33,5 momentan, der Vorsprung. Aber wir sollten jetzt nach dem dritten Rennier nicht die Gesamtführung übernehmen hier in Australien. 4, 8 durchsenke, Kuppel, rechts, Halten, Überpuppe, 110, durchsenke, durch Tor, Kuppel, Kuppel, Sekke, rechts, 3, Überpuppe, 80, durchsenke, Kuppel, links, 5, Senke, links, 3, Land, mach zu, Überpuppe. Rechts, 3, Land, mach auf, Überpuppe, Säcke, rechts, 5, links, 5, Senke, links, 3, Land, mach zu, Überpuppe. ich hasse das wenn dieser scheiße die genau in der ecke da ist für diese helle nicht gewesen wäre ich wahrscheinlich die kurve gefahren getroffen die wirbeln so staub auf dass ich da nicht sehe ob sie das direkt der links kurve kommt naja so das war renn nummer drei dadurch haben auf zeit verloren am ende danke da ist mir schön die zeit gekostet tricks hilly die haben gekostet die zeit das ist sehr gut gelaufen tolle wertungsprüfung gut gemacht so der nächste teil teil nummer vier und dann Na komm. Laut Chef-Ingenieur sollen wir den Schaden an der Verkleidung ignorieren. Das Auto läuft gut. Alles klar. Wunderbar. So. Letzte Renn für heute. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Links. Lachen über Kuppel in Kuppe. Vielleicht Sprung. 130. Links. Fünf. Kuppel in Kuppe. Achtzig durch Senke. Links. Fünf. Klapp. Durch Tor. Links. Vier. Und nach und rechts. Zwei. Über Kuppel. In rechts. Zwei. Achtzig durch Senke. Das Geilste, wenn du einmal rechts in die Wand drückst du dich zur Linken. Ja, komm, Alter. Geh mir nicht auf in Nüsse, ey. Ich hasse das. Es ist nämlich froh, wie diese Strecke durch ist. Weißt du, du verlierst jetzt so viel Zeit deswegen. Wir sind letzter momentan sogar. Kommst aus dem linken Zaun raus und dann auch, komm, da kannst du noch auf die andere Weide auch noch warten. Mann, Mann, Mann. 6 Sekunden noch. Wir sind total auf 29. Also es ist verdammt eng da oben. Wir sprungen auf Platz 6. Zwei Sekunden. Wir sind schon da drin. Also wir wollen auf jeden Fall müssen wir Zeit rausholen. Um am Ende, um so eine Gesamtführung vielleicht ein bisschen ausbauen zu können. Also umso besser, umso besser. Äh, umso lenkt mehr, umso besser so rum. Kuppel X5 durch Senke. Rechts halten, über Kuppel. Senke. Werde. Wunder durch Senke. In Kuppel, Kleinsprung. 80. Durch Tour. 80. Durch Senke. Vorsicht. Kuppel X5. In links. 6. 80. 80. Durch Senke. Vorsicht. Kuppel rechts. In links. 6. 80. Senke. Kuppel. Wunder durch Senke. Kuppel. Kleinsprung. Senke. Links. 5. Kuppel. Kuppel. 80. Durch Senke. Links. 5. Lang. Durch Tour. Links. 4. Vordergrund. Rechts. 2. Über Kuppel. In rechts. 2. 80. Durch Senke. Jetzt haben wir sogar was verloren am Ende noch. Links. 5. 200. Senke. Rechts. 5. Kuppel. Kehre. Links. Benne. 60. Links. 5. Rechts. 6. Lang. Über Kuppel. Links. 5. Kuppel. Links. 5. Kuppel. Sänke. Das Ding werden wir nicht gewinnen. Es wird verdammt schwer. Oder wenn wird es was, dann schwierig. Kuppel. Links. 5. Senke. Links. 3. Lang. Mach zu. Über Kuppel. 60. Rechts. 5. Lang. Achtung. Kuppel. Vielleicht Sprung. Rechts. 5. Links. Halten. Über Kuppel. Senke. Rechts. 5. Kuppel. Rechts. 4. In Kuppel. Viehgitter. Rechts. Halten. Über Kuppel. 80. Achtung. Kuppel. Links. 2. Senke. Durch Senke. Links. Halten. Über Kuppel. Rechts. 6. Rechts. Schneiden. Links. 3. In Kuppel. Rechts. 3. Rechts. Schneiden. In links. 2. Rechts. 4. In links. 3. Nichts. Schneiden. In rechts. 4. In links. 3. In links. 4. In links. 4. In links. 4. In links. 5. In links. 3. In links. 6. In links. 6. In links. 6. Jetzt hat es doch ein Tick. So ist doch vorne. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich hier bin. Ich bin aber es ist ja noch nicht vorbei. Ja ist doch vorne. Jetzt können wir nämlich Gas geben. Jetzt sind sie Auslöpfe. Bis Ziel. Alles klar. Lade uns auf für den Marschall. Sieben Sekunden am Ende. Aber nicht der Erste. Wir sind nicht Erste, wir sind Zweite am Ende. Ich sagte auch, wir gewinnen das Ding nicht. Das wird schwierig werden. Wir haben viel zu viel Zeit liegen lassen. Na gut. Und den nächsten Teil sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bei Let's Play Dirt 4. Und dann geht es mit den zwei Hattenbocken mit 12,07 und 13,66 Kilometer Nummer weiter. Und dann 9,54 und zum Abschluss diese 5 Kilometer Nummer. Aber okay, wir sehen uns auf jeden Fall da wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet morgen bei Dirt 4.